Herzlich willkommen zu einer weiteren Session zum Thema Terraform on Azure. In der heutigen Session geht es darum, dass wir unsere Infrastruktur wiederum etwas erweitern. Wir haben schon gestartet, wir haben ein virtuelles Netzwerk angelegt, wir haben ein Subnetz bereitgestellt. Jetzt geht es weiter mit der öffentlichen IP-Adresse. Lassen Sie uns nun gemeinsam unsere Datei main.tf erweitern, sodass wir dann eine öffentliche IP-Adresse bereitstellen können. Ich befinde mich in Visual Studio Goat und ich habe die Datei main.tf geöffnet. Das sind die Informationen, die wir bereits kennen. Wir haben eine Ressourcengruppe angelegt, dann ein virtuelles Netzwerk, dann ein Subnetz und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Block. Und zwar mit dem Erstellen von einer öffentlichen IP-Adresse. Diese werden wir dann später der virtuellen Maschine zuweisen. Eine virtuelle Maschine mit einer öffentlichen IP-Adresse, das ist keine gute Idee in einer produktiven Umgebung, das erhöht die Angriffsfläche. Aber für unsere Testzwecke ist das absolut in Ordnung. Also geben wir hier an, create und zwar public IP. Und dann geht es direkt los. Wir erstellen eine neue Ressource. Und zwar verwenden wir hier Azure, und zwar Azure RM selbstverständlich. Und dann Underscore und dann ist es public und zwar public IP. Dann geben wir hier einen Namen an, zum Beispiel TW und dann würde ich sagen PIP. PIP steht für public IP. Nun werden wir aber zuerst unsere Datei variables.tf noch etwas erweitern. Das heisst, wir öffnen diese Datei, bzw. wir verwenden hier die Split-Funktion. Und hier geht es darum, die Datei variables.tf zu erweitern. Und zwar wollen wir hier auch wiederum mit einer Variablen arbeiten. Also geben wir hier an Variable und dann sagen wir public underscore IP underscore name. Und dann fügen wir folgendes hinzu, und zwar default Abstand gleich Abstand und dann der Name von dieser öffentlichen IP-Adresse. Die muss über das gesamte Azure Portal hinweg eindeutig sein. Ich fände hier TW und dann PIP.VM für Virtual Machine 2023. Das ist der Standard-Web, den wir übergeben. Dann arbeiten wir wie immer mit einer Beschreibung und sagen hier name of the PIP. PIP steht für public IP. Ich würde sagen, das passt soweit. Ctrl und S, um die Datei variables.tf zu speichern. Und wir schliessen dieses Fenster. Und jetzt geht es weiter hier nicht in der variables.tf Datei, sondern in unserer Datei main.tf. Wir geben nun zuerst an, der Name von unserer public IP. Also verwenden wir hier Name und dann geben wir an Var. Und ich denke, das kennen Sie mittlerweile. Public IP Name. Genau, mit dem wollen wir arbeiten. Dann als nächstes die Location. Die Location, da referenzieren wir wieder auf unsere Ressourcengruppe und dann auf die Location von der Ressourcengruppe. Also geben wir an Azure RM underscore Resource und dann ist es die Ressourcengruppe TWRG und dann ganz wichtig Punkt Location. So referenzieren wir auf die Location von der Ressourcengruppe. Dann brauchen wir den Namen der Ressourcengruppe. Darum verwenden wir hier Resource Group Name und geben nun an Azure RM und da referenzieren wir ebenfalls wiederum auf die Ressourcengruppe, aber am Schluss noch Punkt Name, dass wir mit diesem Namen arbeiten wollen. Perfekt. Und jetzt kommt noch die Zuweisungsmethode, die Allocation Method. Und die soll sein Dynamic. Das bedeutet also, dass diese IP-Adresse dynamisch zugewiesen wird. Das heisst, wir arbeiten also nicht mit einer fixen IP-Adresse. Also geben wir an Dynamic und ich würde sagen, das passt soweit. Ctrl und S, um die Datei zu speichern. Nun verwenden wir Terraform FMT, um das Ganze wieder schön zu formatieren. Das hat bereits stattgefunden, vielleicht haben Sie es gesehen. Und dann verwenden wir Terraform Validate, aber nicht so, sondern Terraform Abstand Validate, um die Syntax zu überprüfen, ob da alles korrekt ist. Und das sieht sehr gut aus, die Configuration ist Valid. Und jetzt könnten wir selbstverständlich direkt die Bereitstellung starten mit Terraform. Das kennen Sie bereits, zum Beispiel Terraform Abstand Plan Abstand minus Out. Und dann geben wir an Main.tf Plan. Und dann mit Terraform Apply Main.tf Plan. Aber das werden wir uns aufsparen für das nächste Mal. Weil das nächste Mal geht es darum, eine Network Security Group anzulegen und auch eine Regel. Und wie das genau funktioniert, werden wir gemeinsam in der nächsten Session miteinander besprechen. Bis dahin, machen Sie es gut. Und dann können Sie sich optimistisch, bitte gute Idee, wie das Ganze spätisch geht. someday dann die num weissurmixierende